Wenn ein Polizeiauto euch signalisiert, am Straßenrand anzuhalten, muss man das auch machen. Vielleicht stimmt etwas mit eurem Auto nicht oder sie wollen nur eure Papiere überprüfen. Das waren auch die Gedanken des Mannes in dieser Geschichte, der von der Polizei angehalten wurde. Im Nachhinein war er sehr überrascht über den Grund, warum der Polizist ihn gestoppt hatte. Schaut euch das Video an und ihr werdet sehen, was diese Männer verbindet. Wenn man Auto fährt und ein Polizist die Blinklichter einschaltet, ist das oft beängstigend. Man kann sich nie sicher sein, ob man gemeint ist. Man denkt, dass man ordentlich fährt, aber vielleicht hat der Beamte etwas gesehen, was ihr nicht bemerkt habt. Ein Polizist hielt einen Mann am Straßenrand an, weil er fand, dass der Mann seinem Sohn sehr ähnlich sei. Aber dann bemerkte er etwas auf dem Armaturenbrett. William Jaswinski war vor einer Weile aus dem Irak zurückgekehrt und mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Als er plötzlich von der Polizei rausgewunken wurde, hatte er keine Ahnung, warum. William dachte nicht, dass er zu schnell fuhr. Der Veteran wusste nicht, was er falsch gemacht hatte. Er fuhr an diesem Tag einfach in seinem Pick-up nach Hause und doch gehorchte er dem Officer, der ihn bat anzuhalten. Verwirrt öffnete William sein Fenster, als der Offizier sich näherte, um zu fragen, was los sei. Guten Morgen, begrüßte ihn der Polizist. Bin ich zu schnell gefahren? fragte William. Was als nächstes geschah, war völlig unerwartet. Beide Männer hatten gegen Ende des Gesprächs Tränen in den Augen. Der Polizeibeamte sagte William, dass er keinen Grund habe, ihn festzuhalten. Er wollte ihm nur für seinen Dienst beim Militär danken und ihm seinen Respekt für die geleistete Arbeit zeigen. Der Polizist hatte durch Williams Autoaufkleber erkannt, dass er beim Militär war. William dankte dem Officer und sagte, es sei eine Ehre, seinem Land zu dienen. Während ihres Gesprächs fragte der Polizeibeamte William, wo er war. Er antwortete, dass er ihm Irak gedient hatte. William hatte 15 Monate in Fort Benning verbracht. Der Polizist sagte William, dass sein Sohn ebenfalls im Irak war. Leider aber sei er dort gestorben. Das war sehr traurig. So ein Krieg bringt oft Verluste mit sich. Dieser Polizist hatte immer noch mit dem Tod seines Sohnes im Irak zu kämpfen. Er sagte William, dass er ihn angehalten hatte, weil er seinem Sohn sehr ähnlich sah. Der Offizier sagte, es falle ihm schwer zu glauben, dass sein Sohn nicht mehr lebt. Während ihres Gesprächs bemerkte der Polizeibeamte etwas auf Williams Armaturenbrett, das ihm bekannt vorkam. Es war die amerikanische Flagge. Der Offizier sagte, es sei genau dieselbe, die er und seine Frau für den Verlust ihres Sohnes erhalten hätten. Sie würden diese zu Hause aufbewahren. Es sei eine Erinnerung für die ganze Familie, ihren gefallenen Helden nie zu vergessen. Der Polizeibeamte war jedoch noch nicht mit William fertig. Er fragte ihn, ob er was dagegen hätte, aus dem Auto auszusteigen. Er sagte, dass William ihn wirklich sehr an seinen Sohn erinnere und dass er ihn umarmen wollte. Der Beamte sagte, er könne einfach nicht glauben, dass sein Sohn gestorben sei. Er begann zu weinen. William konnte sehen, dass dieser Mann voller Trauer war. Sofort sprang er aus seinem Auto, um den Offizier zu umarmen. William hätte einfach Nein zu der Bitte des Polizisten sagen können. Der Offizier hatte ihn ohne wirklichen rechtlichen Grund zum Anhalten gezwungen. Doch William wusste, dass er ihm helfen konnte, als sie anfingen zu reden. Die Umarmung half nicht nur dem Offizier, sondern auch William. Es fühlte sich an, als würde eine große Last von seinen Schultern abfallen. Die Rückkehr aus dem Militärdienst kann für viele Soldaten ein Kampf sein. Sie müssen sich wieder an das zivile Leben gewöhnen. Außerdem müssen sie die Grausamkeiten vergessen, die sie während ihres Dienstes erlebt haben. Davon war auch William selbst betroffen. Er hatte Schlimmes während seines 15-monatigen Aufenthalts im Irak gesehen. Er erzählte dem Polizeibeamten, dass er gerade von einem PTSD-Programm zurückgekehrt sei. Dieses wurde eingerichtet, um traumatisierten Soldaten und Militärangehörigen zu helfen. Sie sollten sich so vom Krieg erholen, sobald sie nach Hause kommen und den Weg zurück in die Gesellschaft finden. Auch wenn William den Irakkrieg überlebt haben mag, so hat ihn dieser dennoch beeinflusst. Der Offizier gab zu, dass Sir William gestoppt hatte, um eine Umarmung von einem Armeeveteranen zu bekommen. Als er die gleiche Fahne sah, die er für seinen Sohn erhalten hatte, konnte der Offizier seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. Tränen kullerten ihm über das Gesicht. William tat das, was die meisten Menschen in dieser Situation getan hätten. Er umarmte den Officer. Die Bitte war einfach, aber nicht das, was William erwartete, als er mit seinem Pick-up durch seine Heimatstadt fuhr. Sobald er den Polizeibeamten umarmte, begann auch William zu weinen. Er erkannte, dass er diese Umarmung ebenso sehr brauchte wie der Polizist. Die beiden tapferen Männer hielten sich einen Moment lang gegenseitig fest und ließen ihren Emotionen freien Lauf. William erklärte in einem Social-Media-Beitrag, dass es nicht nur eine Umarmung war, die er und der Polizeibeamte teilten. Es waren echte Gefühle. William war für diesen Moment sehr dankbar. Er sagte, dass sie ein oder zwei Minuten lang nichts anderes taten, als zu weinen. Sie ließen die Emotionen, die sich in ihrem Inneren aufgebaut hatten, heraus. Dieses Zusammentreffen zeigte die wahren Auswirkungen, die der Krieg auf den Menschen haben kann. Die Interaktion mit dem Polizeibeamten brachte William zum Nachdenken und er wollte diese Erfahrung mit der Welt teilen. Der Irak-Veteran entschied sich, diesen Moment in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Er wurde später von der Seite Love What Matters aufgegriffen. Der Beitrag verbreitete sich sehr schnell. Tausende von Menschen reagierten auf Williams emotionale Botschaft. Die Geschichte von William und dem Polizeibeamten ist eine Erinnerung an die Opfer, die viele junge Männer und Frauen für ihr Land bringen. Sie kämpfen für das, was sie für richtig halten. Und sie tun, was sie können, damit jeder zu Hause so sicher wie möglich leben kann. Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten haben einen geliebten Menschen, der Teil des Militärs ist. Es kann ein Kind sein, das auf die Rückkehr eines Elternteils aus dem Krieg wartet. Oder es sind Eltern, die einen Sohn oder eine Tochter in einem Krieg verloren haben. Die Geschichte, die William über den Polizisten erzählte, erhielt viel Unterstützung von Menschen im Internet. Sie erfuhren von der schweren Zeit, die sowohl William als auch der Offizier durchgemacht hatten und wollten ihre Wertschätzung zeigen. Hunderte von Kommentaren gingen zu Williams Beitrag ein. Eine Person schrieb, die Männer hätten sich aus einem bestimmten Grund getroffen. Viele Leute dachten, dass die beiden zusammengebracht worden waren, um einander Liebe und Trost zu geben. Vielleicht war es das Schicksal, das die Männer zusammengeführt hat. Sie glaubten nicht, dass es ein Zufall war. Viele waren überzeugt, dass die Männer dazu bestimmt waren, sich an diesem Tag zu treffen. Eine andere Person sagte, dass man manchmal einfach nur eine Umarmung brauche. Er mochte die Geschichte von William und dem Polizisten sehr. Eine Frau fügte hinzu, dass ihr Sohn zwei Reisen nach Afghanistan unternommen habe und diese Tage für sie sehr schwierig gewesen seien. Sie sagte, sie hätte jede Nacht für seine Sicherheit gebetet. Zum Glück habe er seine Eltern und seine junge Familie wiedersehen können. Es scheint, als seien der Polizist und William nicht die einzigen, die in diesem rührenden Moment Tränen vergossen haben. Viele Menschen wollten zeigen, wie berührt sie von dieser Geschichte waren und wie viel Respekt sie für alle Beteiligten hatten. Viele sagten, es wäre wichtig, sich ab und zu umarmen zu lassen, um sich an alles Gute in der Welt zu erinnern. Ein anderer Kommentator war der Meinung, dass diejenigen, die im Militär dienen, mehr Anerkennung erhalten sollten. Manche waren zutiefst betrübt, als sie das traurige Schicksal lasen, das dem Sohn des Polizisten widerfahren war. Aber sie waren froh, dass die Männer einen Moment miteinander teilen konnten. Den beiden war an diesem Morgen nicht klar, wie wichtig die Begegnung füreinander sein würde, auch wenn es nur für einen Moment war. Das war unser Video über einen Polizisten, der einen Armeeveteranen anhielt, weil er seinem Sohn ähnlich sah. Im Nachhinein betrachtet hatten beide viel mehr gemeinsam, als sie anfangs dachten. Was habt ihr von dieser Geschichte gehalten? Was hat euch am meisten berührt? Wie würdet ihr reagieren, wenn euch das passieren würde? Hinterlasst uns eure Meinung in den Kommentaren. Vergesst auch nicht zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um als erster eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald wir ein neues Top-10-Video hochladen.